so radarn jetzt hast du scheiße marsch jetzt probiere ich mal was und hoffe es klappt so Oh Huh Scheiße Das ist nicht gut A thousand year voyage guided by compassion Anzeige 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 So, jetzt probieren wir es mal. Frage, wenn ich mit dem hier zuhau, überladen, okay? 91 Blut, der macht mehr Schaden, auf jeden Fall. Nur mal gucken. So, jetzt einfach nur mal zum Testen. Alter, der auch, lol. Aber brauchen wir nicht. Wie viel Schaden haben wir jetzt? 1600. Und mit dem Ding da. Okay, das ist natürlich schon krass. Das ist schon ein Riesenunterschied. 115 Blut. Und der hat 91 Blut. Und der hat 91 Blut. AK und D. AK und C. Ich probiere es mit dem hier. Also, es ist mein Riesenunterschied. Also, es ist mein Riesenunterschied. Okay. Ne, ich pass auf, ich mach das jetzt erstmal ohne, erstmal nur so. Oh, ich mach das. Oh, ich mach das. Oh, ich mach das. Okay. Okay. Verdammte Scheiße. Das braucht natürlich auch deutlich mehr Ausdauer, dieser Schlag. Deshalb weiß ich schon, warum das so ist. Okay. 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 Wo ist Krabbenfleisch? Okay. 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 Das war's. Das war's. Das war jetzt ein Witz. Das war jetzt ein Witz, weil... Das war's. 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 Das war's.